Das ist die Familie Käppeli von Unterhüdi in der Gemeinde Meereschwand. Marco bewirtschaftet zusammen mit seiner Frau Michelle den Hogerihof. Er umfasst 13 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Ein Teil des Grünlands dient den Rindern als Weideland. Diese schätzen die Hochstammbäume als Schattenspender. Die Familie Käppeli mächtet Boulet für die Firma Bell. Auch die Jasmin hat Freude an der Bibeli. Wenn Marco nicht auf dem Hof ist, schaut Michelle zusammen mit den Schwiegereltern zu Hause zum Rechten. Michelle trägt gerne den Kundenkontakt. Im Hofladen gibt es vorwiegend selber produziertes und als Ergänzung etwas Weniges von den Nachbarn. Ein Teil des Mostobst wird zu einem ausgezeichneten Süssmost für die Direktvermarktung verarbeitet. Dieser wurde an einem kantonalen Wettbewerb sogar mit der Goldmedaille prämiert. Im pflegten Hausgarten und auf dem nahen Feld wachsen Gemüse und Kürbis für die Selbstversorgung und den Hofladen. Überschüssig wird dort Michelle konserviert. Zur Ergänzung des Familieneinkommens arbeitet Marco als Versicherungsberater beim Bauernverband Aargau. Nach der landwirtschaftlichen Ausbildung hat er sich im Versicherungswesen weitergebildet. Dank seiner eigenen Erfahrungen als Landwirt kann er den Bauernfamilien optimale Versicherungsleistungen anbieten. Die Kontrolle der Kulturen und der Tiere mit Silvan, der sich auch schon für das Bauern interessiert, ist für Marco eine echte Erholung der Büroarbeit. Mäuse, arbeit.